Jo Bro, was legst du da so um? Warum bist du so traurig? Ich wurde auf Tinder gesperrt und außer dir nimmt mich kein Fußballverein in Düsseldorf auf. Und die sagen, ich bin zu schlecht. Bro, du bist auch wirklich schlecht. Aber wir können doch einfach unseren eigenen Verein gründen. Ja Mann, das ist eine geile Idee, Bro. Wo bist du denn, Bro? Du bist ja gar nicht hier, sondern hinter der Kamera. Okay Leute, das war kein Joke im Intro. Wir wollen wirklich unseren eigenen Verein gründen. Endlich mal Fußball spielen. Das ist einfach ein Traum von uns. So viele Jahre haben jetzt Fußball-Challenges gemacht und nicht richtig Fußball gespielt. Und jetzt wollen wir einfach Fußball spielen. Das ist der nächste Schritt, weil ich meine, mittlerweile sind wir auch einfach gut am Ball. Da können wir schon die ein oder andere Liga bestimmt aufmischen. Wir haben uns jetzt lange vorbereitet. Jetzt wird es Zeit, alle Hops zu nehmen. Real Talk, wir werden eine Mannschaft machen. Wir nehmen euch von Anfang an komplett mit. Wir haben den eigenen Platz gebaut auf der Terrasse. Und jetzt gründen wir auch den eigenen Verein. Aber wie geht das? Ja gut, ich habe da jetzt nicht so viele Anheispunkte. Aber wir können ja einfach mal googeln. Dafür gibt es das Internet. Dafür gibt es das Internet. Jetzt wird erstmal gegoogelt. Und zwar, wie gründet man einen Verein? Genau. Wenn Internet nicht weiß, dann weiß keiner. Ah, okay, da steht ein Fußballverein gründen. Alles klar. Schauen wir mal. Also wenn ich mir das hier so angucke, da sieht das irgendwie noch nicht ganz richtig aus. Ich muss dann nochmal nachgucken, wie man richtig einen Verein gründet. Das kann doch gar nicht so richtig sein. Was ist das überhaupt hier für eine Seite? Das hier ist es doch. Das ist es. Jetzt ist der Verein gegründet. Ich glaube, dann war es das an der Stelle schon mal mit dem Video. Lass dein Like da. So, jetzt mal auf echte Basis hier. Weg damit. Wir wollen wirklich eine Mannschaft gründen. Aber wir haben keinen Plan, wie wir das angehen sollen, Mann. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was man da für alles braucht. Vielleicht kennt sich der ein oder andere damit aus. Wenn ihr irgendwie Kontakt habt zu irgendjemandem. Ey, wir wollen Fußball spielen, machen eine eigene Truppe. Ja, aber wir brauchen auch da noch Leute, ne? Bisher sind wir ja nur zwei. Aber wie viel braucht man für eine Mannschaft? Mindestens fünf. Für den Torwart? Dieser Hugo. Der ist aber der kleinste, beste Torwart der Welt. Wollt ihr Torwart an spielen? Nee, Hugo. Also, ich dachte, ich wäre Hugo. Nee, aber ich war schon wechselt. Du bist Hugo. Als allererstes rufen wir einen unserer allerbesten Kollegen an. Ein super guter Freund. Wenn der nicht dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Morgen, Bruder, alles gut? Ich bin mir vorerst meine Nummer. Egal, wir wollen einen Fußballverein gründen. Bist du dabei? Sehr aufgelegt. Ey, ich dachte, du bist richtig gut mit dem, Bruder. Schlechte Verbindung. Du weißt, in Sri Lanka ist Handynetze nicht so gut. Nächster Freund, ey. Okay, bedimm mich gut. Der kommt safe in unsere Mannschaft. Oh, look of lucky. Da ist der Wanne gestiegen. Wir wollten dich fragen, ob du bei unserer Fußballmannschaft dabei bist. Fußballmannschaft? Fußballmannschaft. Ja, ja. Können wir machen, ja. Ja, nice. Wir wollen dich aber gar nicht. Okay. Dabei gewesen wären, mit denen haben wir uns jetzt auch schon wieder verschert. Okay, wir brauchen noch mehr Leute. Schreibt Leute in die Kommentare für unsere Fußballmannschaft for real. Wir wollen wirklich eine ganze Mannschaft haben. Wie wäre es mit René Adler im Tor? Weil Mario kann ja nicht. René Adler, meld dich bei uns. Instagram. Abbrotatus, du weißt. Oder wenn du mein Nummer willst, ruf mich einfach an. So, ich habe auf jeden Fall noch einen, der bestimmt bei der Mannschaft dabei wäre. Deswegen, ich rufe den jetzt kurz an. Ich hoffe, ich bin gespannt. Vielleicht habe ich mehr Glück als du, ne? Du hast bisher die anderen noch vergraut. Okay, es klingelt. Hallo? Hallo? Hallo, ich bin's. Wer ist da? Ich. Ja, hast du Lust, in der Fußballmannschaft mitzuspielen? Ich will selber gerade einen Verein gründen, deswegen schwierig, ne? Ja, okay, dann ein anderer mal vielleicht. Hau rein. Ciao. Ciao. Mich hat gerade irgend so ein Typ angerufen. Ja, der Kollege meinte, der will komischerweise auch einen Verein gründen, deswegen... Boah, der klaut unsere Idee, der Ekelige. Ja, jetzt sind wir immer noch zu zweit hier. Aber zu zweit alleine. Reicht. Wenigstens haben wir uns. Gemeinsam einsam. Raph? Jetzt bin ich am Handy, ja. Was? Was ist los? Was ist los? Was geht? Hast du in nächster Zeit was vor? Was heißt in nächster Zeit? Ja, so im nächsten Jahr. Ja. Schade. Okay. Ja, wir wollten einen Fußballverein gründen, weil du ein paar Nachts dabei bist. Ich habe schon so mal geredet. Mama, ist jetzt unser Video kaputt. Wir sehen uns morgen auf der Mitgliederversammlung zu dritt. Ich weiß, wir labern viel Kack, aber wir haben uns jetzt mal for real ein bisschen was durchgelesen. Und einen Verein zu gründen ist vielleicht gar nicht mal so leicht. Deswegen wollen wir jetzt erstmal zu einem bestehenden Verein und da unsere eigene Mannschaft gründen, Leute. Ja. Real Talk, wir suchen einen Verein, der für uns eine neue Mannschaft aufmacht. Wir holen auch die Leute und wenn der Verein mal voll ist, wenn der Platz mal belegt ist, wir können auch hier Training machen, ja. Ja, eben. Wir haben auch hier einen kleinen Platz, ne. Da kann man auch mal hier Training machen. Mit deinen eigenen Toren. Da gibt es hier ein schönes 5 gegen 5 oder auch ein 5 gegen Willi mal, wenn ihr Lust habt. Deswegen Real Talk, wir brauchen einen Verein, um eine Mannschaft aufzubauen, ja. Zwei haben wir schon. Holz hier und mich. Wenn ihr irgendwelche Kontakte habt und Vereine kennt in Düsseldorf, dann schreibt uns gerne auf Insta, dann versuchen wir das wirklich zu realisieren. Bayern, wenn ihr Interesse habt, wir haben ja auch schon mal ein bisschen gesprochen, würden wir auch bei euch kicken, so dritte Mannschaft. Würden wir hinkriegen, glaube ich, oder? Wir nehmen das Ganze sehr ernst, wir sind sogar im Gym jetzt extra und trainieren. Ja, die körperliche Fitness muss auch erstmal gegeben sein, damit wir dann auch wirklich in der Liga rasieren werden. Rasier du dich auch mal, Bruder. Sprungkrafttraining, Freunde, wir müssen auch ein bisschen agil sein für die Kopfbälle. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Mitgliederversammlung, das allererste Treffen mit der vorläufigen Mannschaft. Wir konnten noch ein paar erreichen, ein paar haben sich bereit erklärt und jetzt setzen wir uns mal zusammen an Pisch und reden. Wir haben alles besprochen. Alles klar, dann wird das eine geile Sache hier. Jungs, schön, dass ihr erschienen seid. Wir haben uns hier heute versammelt. Ich glaube, ihr wisst alle, warum, ne? Wir wollen jetzt eine Mannschaft aufstellen. Fußballmannschaft? Ne, Fußballschot. Das mit diesem runden Ball. Wir wollen halt versuchen, wirklich was zu reißen. Deswegen die Frage, wer hat da wirklich Bock drauf? Wer ist dabei? Komm, Jungs, ihr seid doch alle dabei, oder? Wir haben auch motivierte Leute hier. Ja, wir können Zeit für. Oh, wir können auch. Also, nee, also zwei. Wir können das ja trotzdem. Wir haben eh immer viel zu tun. Sie können doch eh nichts. Bruder, muss los. Viele Leute hätte ich mit dem Anschlag machen können. Also, ja. Viele Leute für vier Mannschaft. Vorwart, Verteidigung, Mittelständisch. Aber ihr seid dabei, ja? Ja, gucken wir, was der Themenkläder sagt, aber... Okay, immerhin. Vier Mannschaft. Vier Mannschaft. Vier Mannschaft. Vier Mannschaft. Vier Mannschaft. Vier Mannschaft. Jawohl. Und jetzt gehen wir einen saufen. Wo ist denn jetzt ein Bier, Alter? Ich bin jetzt zum Saufen. Mo, Digga. Alles gut? Ja, bei dir? Du sollst doch sagen, warum hast du meine Nummer? Leg mal auf. Achso. Hör. 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 Das war's für heute.